Hallöchen! Hallöchen! Herzlich willkommen von denen, die gerade schon dabei waren, als wir kurz Hallo gesagt haben, auf Instagram vielleicht hier rübergekommen sind, aber auch alle, die jetzt hier neu eingeschaltet haben zu unserem letzten Live-Shopping dieses Jahr 2021. Wir sind mitten in der Vorweihnachtszeit, wie man wahrscheinlich unschwer an unserem Schmuck erkennen kann. Wir haben auch ein kleines Weihnachtsspecial heute für euch. Jules, du hast gerade eben schon gesagt, es gibt tolle Geschenke. Oh ja. Und nicht nur tolle Geschenke, sondern wir haben natürlich auch wieder einen Rabattcode für euch. Und wir freuen uns darauf, dass ihr hier seid und wir heute mit euch wieder sprechen könnt. Also stellt uns eure Fragen in den Chat. Wie es funktioniert, erklären wir gleich nochmal, für die, die gegebenenfalls heute das erste Mal dabei sind. Wir haben hier heute eine 1G-Plus-Veranstaltung. Genau, das G war mir jedenfalls. Ich weiß nicht wieso. Also, wir sind hier alle geimpft und getestet, haben ein sehr kleines Team, sich hinter der Kamera. Die Kolleginnen werden sich heute um eure Fragen im Chat kümmern, tragen auch Maske. Wir dürfen hier vorne natürlich ohne Maske mit euch sprechen. Freuen wir uns sehr drüber. Ja, ich sage nochmal ganz herzlich willkommen. Ich bin Verena, Head of Brand bei Shigo. Vielleicht kennt ihr mich schon. Die Dame neben mir ist um einiges bekannter und berühmter. Liebe Jules, wir freuen uns sehr, dass du heute wieder bei uns bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch riesig, dabei zu sein. Danke. Ich freue mich immer wieder, hier zu sein. Und besonders heute. Die Aktion ist ja mal der Oberhammer. Und ja, macht euch wirklich auch was bereit. Also, so einen Abend gab es hier, glaube ich, auch noch nie, ne? Nein, das ist wirklich eine Premiere auch für uns. Und wir haben gedacht, komm, wenn wir schon Dezember sind, es ist der 9. Dezember. Es ist Weihnachten, steht vor der Tür. Wir haben vielleicht Adventskalender, die wir schon ausmachen. Deswegen hauen wir hier auch einen raus und machen heute ein Weihnachts-Special für euch. Und wir möchten auch gleich mal erklären, wie das funktioniert, dass ihr nachher auch, wenn es dann soweit ist, gleich aufmerksam uns tatsächlich über den Chat, ja, euer Los quasi in den Top schmeißen könnt. So kann man es sagen. Und zwar ist es so, dass ihr, wenn ihr nachher am Gewinnspiel teilnehmen wollt, bitte die ersten drei Zeichen eurer E-Mail-Adresse braucht. Vier. Vier, Entschuldigung, vier. Jetzt kriege ich schon wieder Zeichen von hinten. Ich habe es schon wieder verhauen. Also die ersten vier Zeichen eurer E-Mail-Adresse braucht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Julia habt, dann genau ist Julia, J-U-L-I, die ersten vier Zeichen. Genau, wenn es einen Punkt gibt, meinetwegen J-Punkt-Nachname vielleicht, dann ist der Punkt auch ein Zeichen. Also bitte daran denken. Und neben den vier Zeichen der E-Mail-Adresse kommt am Schluss nochmal die vier letzten Ziffern eurer Telefonnummer. Also die ersten vier Ziffern eurer E-Mail-Adresse, die letzten vier Nummern eurer Handynummer. Warum machen wir das so kompliziert? Und tatsächlich möchten wir natürlich nachher sicher gehen, dass ihr tatsächlich auch diejenigen seid, die bei uns gewonnen habt. Und wenn ihr uns nachher eine E-Mail schreibt, also wenn ihr gezogen wurdet als Gewinner, müsstet ihr bitte an event-at-chigo.de eine E-Mail schreiben. Wir edifizieren euch dann quasi an diesen beiden Merkmalen und schon ist das Paket nachher zu euch auf dem Weg. Wir wiederholen das Ganze nochmal nachher, würde ich sagen. Also jetzt kein, wenn ihr es jetzt gerade nicht mitbekommen habt oder verzweifelt versucht mitzuschreiben, es gibt nochmal Gelegenheit. Für alle, die heute nicht gewinnen, aber trotzdem unsere tollen Produkte natürlich erwerben wollen, wir haben natürlich wieder einen Code für euch. 0912, das ist das heutige Datum, 9.12, genau, 0912. 15 Prozent auf alle lieferbaren Artikel im Online-Shop, auch schon die reduzierten, also shoppt hier auch fleißig. Die Sachen, die wir euch vorstellen, könnt ihr über die App natürlich shoppen, geht wie immer. Aufs Häuschen klicken, kommt der Stream, ihr könnt die Sachen auswählen, könnt sie in den Warenkorb legen und dann, wie gesagt, mit dem Rabatt-Code nachher abschicken. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Und eine Sache noch, die vom Mikonin kriegen nochmal 5 Prozent extra, also sparen heute 20 Prozent. Wenn hier jemand tatsächlich bei Shigo anfangen könnte, ist es Jules. Jules kennt sich. Ich lerne ja immer so viel von euch hier. Perfekt aus, genau. Genau, die extra Rabatt für die Shigo-Familkunden und Versandkosten frei, das ist auch ein ganz tolles Feature, könnt ihr bei jeder Bestellung abschließen. Ja, so, jetzt haben wir ganz viel erzählt, jetzt starten wir auch gleich rein. Wir fangen an mit dem ersten Gewinnspiel, Jules. Ja. Jules, der Weihnachtsengel, stellt uns doch vor, was wir heute verlosen. Ich habe es tatsächlich an, ihr könnt ja schon mal in den Chat schreiben, erratet ihr oder wünscht ihr euch was von meinem Outfit? Schreibt es gerne mal in den Chat. Ich komme mal ein bisschen näher, dann könnt ihr es noch ein bisschen besser sehen. Schaut euch das mal an. Wie schön ist das denn bitte? Jules trägt einen ganz tollen Blazer tatsächlich. Also ihr seht es wahrscheinlich bei euch jetzt nur noch Glitzern und Funkeln auf dem Display. Okay, das kommt daher, weil das ein, ja tatsächlich ein Stoff ist, der solche kleinen bunten Glitzerpartikel drin hat. So schön. Steht ihr übrigens sehr gut, muss ich sagen. Vielen Dank, vielen Dank. Und das Tolle ist, vielleicht kannst du mal so ein ganz bisschen exhibitionistisch das Futter zeigen. Wir haben nämlich ein ganz tolles pinkes Futter-Innenfutter hier drin. Also es ist wirklich ein tolles Outfit, nicht nur für einen Weihnachtsbaum, sondern vielleicht auch für die kleine, aber feine Silvesterparty dieses Jahr. Super schön. Und zu diesem Geschenk, also dieser Gewinn ist ja nicht, also wir haben es jetzt verraten. Es ist dieser wunderschöne Blazer, den man wirklich perfekt zu jeder Feierlichkeit anziehen kann. Dazu gibt es aber noch eine Sache, die hole ich hier mal. Und zwar ein richtig cooles Make-up-Set. Mit dem, das habe ich tatsächlich schon einige Zeit, schmink ich mich tatsächlich jeden Tag, seitdem ich das habe. Also, das ist ein richtig schöner Gewinn, die beiden Sachen hier. Genau. Und jetzt sagen wir mal kurz, wie könnt ihr jetzt teilnehmen? Denkt dran, die ersten vier Zeichen eurer E-Mail-Adresse und die letzten vier Ziffern eurer Handynummer einmal zusammenbringen und dann am besten kopieren und in den Chat reinhauen. Bei jeder Runde, wir machen jetzt immer gleich kurze Runden, da sagen wir Start und am Ende nochmal Stopp. Und genau in diesem Zeitraum muss dann einmal dieses, ja, diese achtstellige, dieser Code dann einfach einmal gedroppt werden. Genau. Und dann kriegen wir das. Die Kollegen hinter der Kamera wählen dann per Zufallsprinzip aus, wer in diesem Zeitraum tatsächlich dann auch die glückliche Gewinnerin ist. Also, die wäre tatsächlich gut in dem Fall. Und würde uns dann das auch natürlich hier etwas zeitversetzt rückspiegeln, dass wir auch live hier verkünden können, wer denn gewonnen hat. Ganz genau. Und deswegen würde ich sagen, wir probieren das jetzt einfach mal und sagen, ja, Jules, möchtest du bitte mal das Go geben? Ja, go und viel Erfolg und genau, schreibt gerne jetzt mal in den Chat eure ganzen Kommentare, eure achtstellige Kennziffer. Genau. Mit den ersten vier Ziffern eurer E-Mail-Adresse und mit den letzten vier Ziffern eurer Handynummer. Da sind wir schon richtig gespannt, wer da alles jetzt teilnimmt. Und es ist wirklich ein phänomenaler Gewinn, weil wie gesagt, es geht um diesen Blazer, ihr habt das passende Make-up-Set dazu. Das heißt also wirklich, allen Festivitäten, die dann da so kommen, mögen, ist, ja, Styling-technisch zumindest keine Grenze gesetzt. Total. So ein schöner Gewinn. Dann noch ganz kurz was zu dem Blazer vielleicht. Jules, du hast ihn ja jetzt in einer Größe 50 an. Genau. Bei Jules geht er tatsächlich bis Mitte Oberschenkel hier ungefähr, hat eine 78er Rückenlänge. Das heißt also, es ist wirklich so ein bisschen, also Longblazer schon fast, ne. Wir haben auch die passende Hose im Shop dazu, falls ihr euch dann, wenn ihr jetzt auch gewonnen habt, vielleicht noch das passende Teil kaufen wollt. Da gibt es ja den Code gerade, 0912 und für Vormikoninnen noch 5% extra, also für alle anderen 15 und für die Vormikoninnen 20%. 20% sogar. So, ich glaube... Stopp. Jules sagt Stopp. Stopp. Bis jetzt konntet ihr teilnehmen. Wir haben dann auch schon einen Gewinner und ich gucke nach rechts und möchte gerne verkünden, unser erstes Gewinnspiel geht an OTTL 7644. Herzlichen Glückwunsch. Ganz viel Freude. Bitte schicke uns eine E-Mail an event-at-chigo.de von dieser E-Mail-Adresse, die du auch jetzt hier mit den ersten Ziffern angegeben hast. Schreib deine Handynummer bitte rein, dass wir wissen, dass du die richtige Person bist, die gewonnen hat und wir würden uns für alles andere dann bei dir melden. Genau. Hat super geklappt. Insofern Generalprobe gestanden. Jules, würde ich sagen, wir gehen gleich zum nächsten Outfit tatsächlich über. Und ich möchte dir jetzt das nächste Outfit tatsächlich auch zeigen. Ich dachte, dass wir hier so ein bisschen anreichen vielleicht, weil ich ganz kurz... Ja, doch, müsste gehen. Auch hier wieder spielen Pailletten natürlich eine große Rolle. So schön. Das ist eine, ja, das ist eine Langarmbluse, die vorne tatsächlich so verschiedene Paillettenreihen aufgestickt hat. Hier an der Manschette tatsächlich auch nochmal was. Ist ein bisschen dezenter, würde ich sagen, als der Blazer, den du jetzt gerade an hast. Weil es auch so ein bisschen, natürlich je nach Lichteinfall schimmert. Schwarz natürlich sowieso immer eine sehr beliebte und dankbare Farbe. Wir haben auch eine nachhaltige Faser hier. Das ist 100% Viskose Lyocell Ecovero. Und wir, ja, es ist also, ich halte mal fest, damit du nochmal ein bisschen hier was erzählen kannst. Es ist auf jeden Fall schön weich. Es ist schön weich und man kann es halt immer super gut kombinieren. Also ich würde dazu tatsächlich einfach eine, vielleicht sogar schon diese Jeans, die es passen, hierzu gibt, kombinieren. Die so ein bisschen glitzert, dann hat man All-Over-Glitzer. Ich liebe sowas ja sehr. Gerne so eine Skinny-Jeans, finde ich immer richtig, richtig cool. Das wäre auf jeden Fall mein Look, wie ich es kombinieren würde. Ihr könnt auch gerne mal in den Chat schreiben, wie ihr diese Bluse hier kombinieren würdet, wenn ihr die gleich gewinnt. Und ja, also ich finde die auf jeden Fall richtig schick. Oder ihr schickt uns ein Foto, nehmen wir auch sehr, sehr gerne. Das nehmen wir auch immer gerne. Total gerne. Jules, was gibt es denn noch dazu? Da gibt es tatsächlich noch mehr zu. Das ist nämlich nicht nur das einzige Teil, was ihr gewinnen könnt, sondern ihr gewinnt nochmal dieses wundervolle Make-Up-Set. Wirklich, da sind noch so viele Items drin. Da sind Pinsel drin, noch ein Lippenstift, eine Mascara und ein Lidschatten-Set. Also es ist richtig viel drin. Ich kann es euch nur empfehlen, das ist echt cool. Und es wird noch Ohrringe geben. Richtig schöne, rosé-goldene, ja, Swarovski-Ohrringe, ne? Genau, schöne Hubs. Richtig schön. Ja, so runde Ohrringe. Kreolen, ne? Kreolen, ja, genau. Richtig schick. Deswegen würde ich sagen, wir geben jetzt wieder gleichzeitig das Go. Also schreibt wieder fleißig euren Code, bestehend aus den ersten vier Zeichen eurer E-Mail-Adresse und den letzten vier Ziffern eurer Handynummer. Wir drücken die Daumen. In den Chat. Genau. Genau. Und das lasst jetzt ein bisschen laufen. Also lasst die Kollegen hinter der Kamera gerne schwitzen. Die können mal ein bisschen was arbeiten. Wir würden sehr, sehr gerne hier für euch dieses tolle Teil hier verlosen. Das ganze Set mit den drei tollen Produktteilen im Wert von, ja, fast 150 Euro, ne? Das ist mein Wort, würde ich sagen. Das ist mein Wort, ne? Genau. Und selbst wenn ihr sagt, komm, Ohrringe ist nicht so mein Ding. Weihnachten kann man gut verschenken. Kann man auch super gut verschenken. Ja, weil die Sachen kommen ja auf jeden Fall noch vor dem Fest an. Sichtig. Perfekt getimed. Auf jeden Fall. Gut. Dann sagen wir Halt. Stopp. Stopp. Halt stopp. Ho, 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 sagen wir. Ho, ho, ho. Halte den Schlitten an. Und wir haben eine Gewinnerin. Und eine Gewinnerin, Jules, möchtest du verkünden? Gerne. Das ist die liebe Tina, 3274. Herzlichen Glückwunsch. Schreib gerne eine E-Mail an. Event, Entschuldigung, ohne S. Event at chigo.de. Liebe Tina, wir freuen uns auf deine E-Mail. Und wir freuen uns, dass du demnächst diese wunderschöne Bluse und die beiden kleinen Accessoire-Teile tatsächlich bei dir zu Hause haben wirst. Und schreib uns gerne, wie es dir gefallen hat. Schick uns auch gerne ein Tragebild. Da freuen wir uns wirklich riesig drüber. Genau. Ja, ansonsten, ihr Lieben, wie gesagt, haben wir nicht nur, also wir haben ja nicht nur jetzt eine Weihnachtszeit, wo man sagt, man möchte sie schick machen und man ist glamourös unterwegs, sondern gerade im Moment ist man ja doch dann auch naturbedingt viel zu Hause. Und deswegen haben wir auch gesagt, von den Outfits, die wir heute verlosen wollen, möchten wir tatsächlich nicht nur festliche Sachen verlosen, sondern wir haben auch was, was auch zwischen den Feuertagen dann richtig schön zum Launchen und Relaxen und Fläzen einlädt. Total. Das ist ein ziemlich großes Set. Mal gucken, ob wir das hier alles halten können. Okay, gut, in Ordnung. Also ich fahre schon mal angefangen hier mit einer wunderschönen langen Strickjacke. Das ist ein Baumwollmischgarn, richtig schön in diesem, ja, Salbei-Grün. Das ist so ein Mittelgrün, würde ich sagen. Tatsächlich gibt es das auch noch in anderen Farben. Also wenn ihr nochmal im Shop stöbern wollt, haben wir auch noch Himbeere und Marine. Sehr schön. Ist eine schöne Longjacke. Wie gesagt, hat auch eine Rückenlänge von mindestens 76 Zentimetern. Heißt, geht auch so bis zur Mitte der Oberschenkel. Hat diesen schönen Schalkragen hier oben. Wir haben einen Reißverschluss, auch super bequem. Man muss nichts schnöpfen, sondern man kann einfach nur hochziehen. Und das ist ja nicht alles, Jules. Wir haben noch was. Ja, kommt jetzt noch was. Was haben wir denn noch? Lass mich mal auf deine Karte gucken. Ach so, ja. Was du unten drunter ziehen. Genau. Alles in eurer Größe natürlich. Wir zeigen jetzt hier Größen. Aber ihr schickt uns dann später einfach eure Größe und dann kriegt ihr die natürlich. Genau. Und das ist eine unserer absoluten Lieblings-Jeans, Jules. Du hast die auch schon oft getragen. Das ist unsere Bodyforming-Jeans, richtig? Total schön. Ja, sitzt richtig, richtig gut. Ich zeige dir nochmal von hinten. Und ich mag das ja immer sehr, wenn die Beine unten ein bisschen enger geschnitten sind. Aber immer noch locker genug. Das macht immer, finde ich, eine sehr schöne Beinform. Gefällt mir sehr, sehr gut. Genau. Ist eine Skinny-Hose tatsächlich. Also schmal im Bein, wie Jules gerade gesagt hat. Hat aber ein ganz tolles Material. Also ist richtig schön stretchig. Hat einen sehr guten Rücksprung. Das heißt halt immer nach dem Motto, man hat sie an und dann dehnt sich sie ja noch so ein bisschen und geht mit. Das soll sie ja auch. Aber wenn man sie auszieht, soll sie nicht sitzen oder stehen bleiben. Genau. Sondern sie soll sich wieder in die Ursprungsform bringen lassen. Und das tut diese Hose insofern. Wirklich ein Teil, was in keinem Kleiderschrank fehlen darf, gibt es auch in unserem Set zu gewinnen. Mhm. Und das ist noch nicht alles, ne? Du sagst, bevor du zusammenbrichst. Ja. Haben wir noch ein weißes Basic-Shirt mit oben draufgepackt, damit ihr was zum Drunterziehen habt. Unter diese Jeanshose. Über diese Jeanshose. Unter diese Jacke. So, genau. 100% Baumwolle. Auch nachhaltige Faser tatsächlich bei uns. Unterstützt die Arbeit von Cottonmouth in Afrika. Also auch hier ein tolles Teil mit gutem Gewissen. Kürzer geschnitten tatsächlich. In 66er-Länge geht es ungefähr bis zum Hosenbund. Ja, und das ist auch so ein Basic, was eigentlich in keinem Kleiderschrank wirklich fehlen sollte. So ein weißes T-Shirt braucht man irgendwie immer. Ich würde sagen, ich gebe die nochmal zurück. Ja, gib sie mir doch mal zurück. Und dann gucke ich mal ins Set. Und hier ist das letzte Teil des Gewinnsets. Und zwar haben wir diese wunderschönen Stiefel. Gucken wir mal ein bisschen näher. Dann könnt ihr nochmal das Muster sehen. Das ist einfach so schön gearbeitet. Ist auch stretchy, ne? Das ist stretchy, genau. Das ist der Einsatz quasi, der dem Ganzen nochmal so ein bisschen Spiel gibt tatsächlich. Aber gleichzeitig Dekoration ist auch wirklich eine schöne Sache. Ist ein Stiefel aus echtem Leder, im Ritzleder tatsächlich. Wir haben hier eine sehr bequeme Absatzhöhe, würde ich sagen, von 3,5 Zentimetern. Also das ist wirklich eine, da könnt ihr gut drin laufen. Das ist auch was für draußen. Natürlich eine Profilsohle. Und wir haben diese beiden, diesen Stiefel in zwei Schaftweiten, XL und XXL. Wenn ihr jetzt gewinnt, dürft ihr natürlich auch sagen, welche Schaftweite ihr haben möchtet. Den Stiefel gibt es ansonsten tatsächlich von 37 bis 44. Hammer. Weil ich kenne das ganz oft in meiner Kommunikation. Ah, wo kriege ich denn schöne Stiefel her? Ich habe vielleicht auch ein Lipödem und ja, hier kriegt ihr sie auf jeden Fall. Genau. Ja, logistisch ist es tatsächlich. Wirklich, es hört mir heraus, oder? Ich darf das mal, ich mache das mal so. Und ich nehme den Stiefel ab, damit du jetzt nochmal zusammenfassen kannst, was es im nächsten Gewinn tatsächlich jetzt gibt für unsere lieben Kollegen. Also einmal ein komplettes Outfit. Einmal bestehend aus, ah jetzt, genau, dieser wunderschönen Strickjacke zum Sippen. Dann haben wir einmal die Jeanshose. Einmal das weiße T-Shirt. Guck, das geht so. Das weiße T-Shirt. Und einmal diese wunderschönen Stiefel. Diese wunderschönen Stiefel. Stiefel. So, er bleibt stehen. Und ich würde sagen, wir sagen das schon mal, go. So, ihr wisst ja, was zu tun ist. Schreibt einmal, soll ich die schon mal wieder übernehmen? Genau, schreibt acht Ziffern brauchen wir von euch. Und zwar die ersten vier Buchstaben eurer E-Mail-Adresse und die letzten vier Ziffern eurer Handynummer. Damit wir nachher wissen, dass ihr es auch wirklich seid. Genau. Und das ist jetzt ein komplettes Outfit. Eigentlich nur noch so, wenn es zum Rausgehen tatsächlich noch eine Jacke um. Ja, vielleicht noch eine Mütze, den Stürmband. Aber vielleicht bleibt ihr dran, weil... Es könnte sein, dass noch eine Jacke kommt. Ansonsten natürlich gerne mit dem Code 0912 auch mal im Shop umgucken, was wir da für tolle Jacken auch für euch haben. Jetzt auch so gerade, es wird kalt. Oh ja. In ganz Deutschland hat es schon mal Schnee gefallen jetzt in der letzten Zeit. Insofern ist es jetzt gute Zeit, sich noch mal eine etwas wärmere Jacke zu besorgen. Und wenn man da mal 15 oder 20 Prozent sparen kann, dann ist das natürlich immer super hilfreich. Ich würde sagen, wir sagen mal Stopp. Stimmt, ich habe fast vergessen. Wir sagen mal Stopp. Wir lassen mal durchlaufen. Kein Problem. Warten noch mal ganz kurz, bis die Kollegen uns tatsächlich den Namen der glücklichen Gewinnerin hier übermitteln. Und dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch an NANC6332. Herzlichen Glückwunsch. Und du schreibst uns jetzt bitte auch noch mal eine E-Mail-Adresse an event.schigo.de. Verifizierst deine Handynummer, dass du das auch wirklich bist. Und dann viel Spaß mit dem Gewinn. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass du Nancy heißt. Nancy, wir freuen uns sehr und wünschen dir ganz viel Spaß mit deinem Gewinn. Sehr cool. Das macht Spaß, ne? Also wirklich, das macht richtig viel Spaß. Genau, machen wir öfters jetzt. Ja, ich kann auch. Ich habe es gerade beschlossen. Das nächste Paket ist tatsächlich so. Wenn ich mal so wunderschön gelese, sehr gerne. Und da kann man nochmal dieses wunderschöne Farbe. Das ist auch tatsächlich die Trendfarbe für nächstes Jahr, ne? Vivid Orchid, glaube ich. Wild Orchid, ja. Also wir haben hier ein dunkles Bordeaux, so nennen wir es tatsächlich. Er ist tatsächlich auch eine nachhaltige Faser, die Jules trägt. Es ist ein Viskose, also ganz leicht, weit schwingend. Kannst du ja nochmal, also wie, ups, wie ist das Gefühl in dem Kleid? Wunderschön. Also einfach total luftig, locker. Ich liebe auch immer die Ärmellänge, weil bei mir darf es auch gerne ein bisschen kürzer sein. Ich mag das super gerne. Und ja, also es ist einfach super leicht. Fühlt sich richtig gut an. Genau. Wir haben einen leicht ausgestellten Saum tatsächlich. Es ist wirklich ein schönes Kleid. Es ist auch ein schönes, ja, ich sage wieder, ein schönes Basic-Teil. Damit meine ich nicht, dass es langweilig ist, sondern es ist halt wirklich ein Teil, das sehr wandelbar ist. Und das denke ich immer, dass man solche Teilsachen natürlich im Schrank haben muss, um halt einfach so ein bisschen auch gut gerüstet in meinen Tag zu gehen. Ja. Und sowas haben und man sagt, da greife ich mir auch zu. Total. Das, glaube ich, ist wichtig. Der ist super wandelbar, weil man kann es mit dem Blazer tragen, ein bisschen schicker. Man kann auch einfach so einen coolen, gröberen Strickpulli drüber tragen, den hier oben so ein bisschen zusammenkrimpeln. Lässt du dir den Rock rausgucken, der ist ja auch super süß verspielt, ne? Mit dieser Raffung liebe ich total. Genau. Also das mit dem Strickpulli finde ich eine super Idee. Ihr seht auch gerade an Jules, ne? Also 120er Länge ist ungefähr so Mitte Schienbein. Ich bin 1,60 Meter übrigens, für alle, die sich das fragen, wie groß ich bin. Dann könnt ihr das so abmessen. Einmal einschätzen, genau. Und ist natürlich auch tatsächlich, jetzt trägt Jules die Boots, aber auch für Stiefel eine ganz tolle Länge, weil da ist es dann nicht so, dass der Rocksaugen auf dem Stiefel aufsteht, was immer ein bisschen doof ist, sondern dass es schön drüber fällt. Und das ist wirklich, ja, einfach ein schönes Winteroutfit tatsächlich auch. Total. Was gibt's denn dazu? In diesem Set, passt auf, da sind wieder echt viele Sachen drin, ne? Und zwar haben wir einmal diese wunderschönen Wildschlederboots mit Absatz, die sind richtig schick. Und, also darauf kommen wir jetzt gleich noch zu sprechen, und dann nochmal, ich zeig nochmal die Schnelle. So sieht der aus, so ein schöner Reißverschluss, dann passt das natürlich auch alles. Und so sehen die aus. Genau. Was ich jetzt ganz kurz noch einwerfen muss, ist, es ist kein echtes Leder, es ist in dem Fall ein Wildleder oder ein Velourleder-Emitat. Also Sie sehen so echt aus, dass ich das jetzt echt gedacht hätte. Jetzt habe ich das verraten, ne? Aber nein, tatsächlich, dadurch natürlich auch schön pflegeleicht, ne? Also gerade so bei diesen Rauleder-Geschichten, ne? Mit Schneerändern und sowas, ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Wenn man dann mal draußen irgendwie nasse Füße bekommt, was im Winter ja einfach vorkommt, kann man da einfach schön bürsten und hat halt nicht diese weißen Ränder. Ja, sehr praktisch. Besonders schön an dem Schuh ist tatsächlich, wir haben hier einen 9 cm Absatz. Wenn ihr jetzt sagt, um Gottes Willen, 9 cm, wie kann man drauf laufen? Wir haben vorne noch ein kleines Plateau, das so circa 2,5 bis 3 cm hat, das heißt, es nimmt nochmal diese 9 cm so ein bisschen weg. Also es sind 6 cm, sind tatsächlich nochmal, also es ist schon ein guter Absatz, streckt einfach schön das Bein. Aber tatsächlich, ich sag mal, gerade jetzt so zu kleidern und sowas, ist natürlich auch immer schön, wenn man mal so ein bisschen was Eleganteres an sich hat. Auch hier zwei Schaftbeiden, die sich verfügbar, die X und die XXL, sodass ihr quasi, egal welche Wade, kann man super gut hier unterbringen. Hier ist natürlich auch nochmal ein bisschen Elastan, Elastan, Elastik in dem Fall, eingebaut, damit es einfach eine schöne Form am Wein gibt. So, und dazu, ich habe ja schon versprochen, es gibt noch mehr, es gibt wieder dieses wundervolle Make-up-Set, also wirklich mit ganz tollen Tönen. Und das passt wirklich auch zu jedem Auge, das kann ich euch wirklich versprechen. Und dann gibt es wieder Kreolen in, ja, Rosé-Kupfergold mit kleinen Kristallen von Swarovski. Oder Swarovski-Kristall, ne? Ja, genau. Und ja, das ist das ganze Gewinnspiel-Set. Und dann würde ich sagen, wollen wir mal Go sagen? Ja, also es ist wirklich tatsächlich auch, vielleicht kannst du den Wert nochmal sagen, weil das ist, muss man wirklich sagen, ein komplettes Outfit im Gesamtwert von? Ja, 240 Euro aufgerundet. Schon ordentlich. Das, glaube ich, kann sich im Stiefel sehr gut sehen lassen. Oh ja. Deswegen sagen wir, genau. Jetzt Go! Schreibt, wie gesagt, wieder die vier ersten Zeichen eurer E-Mail-Adresse und die letzten vier Ziffern eurer Handynummer als Code mit in den Chat. Und dann könnt ihr dieses wunderschöne Kleid, die perfekten Stiefel und das krönende Make-up-Set für euren Dezember und auch darüber hinaus natürlich einmal hier gewinnen. Ich komme mal ein bisschen näher, könnt ihr mal das Kleid sehen. Ich glaube, dreh dich doch vielleicht nochmal ein bisschen, Jules. Also ich bin total begeistert, wie gesagt, von dieser Qualität. Total, es ist echt so schön. 100% nachhaltige Viskose. Hammer. Und einfach ein tolles Ausgangsteilchen für alle möglichen Outfits. Total. Ja, echt ganz, ganz viel mitmachen. Genau. Dann würde ich sagen, stopp. 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 Genau. Ho, ho, ho. Wir halten die Pferde, die Pferde wollte ich schon sagen, also Rentiere vom Weihnachtsmann an und haben eine Gewinnerin. Wir warten gerade ganz kurz noch auf die Nennung im Chat und da kommt sie auch schon. Wir haben eine Susa, die dieses Mal gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. Susa 9374. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Set. Auch du schreib bitte eine E-Mail an event-at-gigo.de, verifiziere dich mit der E-Mail-Adresse, von deren Ziffern da gerade, ja, die Rede war oder die Handynummer natürlich, dass wir dann auch wissen, dass du die Richtige bist. Ja, und es geht Schlag auf Schlag. Es geht schon wieder weiter. So, jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ich darf mich hier einmal drehen. Ich habe hier ein wunderschönes Kleid heute auch für euch angezogen. Im Gegensatz zu Jules, die in Web unterwegs bist, bin ich in Feinstrick unterwegs. Wir sind ja im Winter. Strickkleider sind sowieso auch ein absolutes Must-Have. Und was wir euch ja rausgesucht haben, wie gesagt, ist ein ganz, ganz lockerer, leichter Feinstrick. Ich drehe mich mal zur Seite. Ihr seht hier tatsächlich diese farbigen Einsätze. Links wie auch rechts. So schön. Genau, was natürlich auch nochmal so ein bisschen Effekt bringt. Auch von der Seite nochmal so ein kleines optisches Schlagmacherchen ist. Ich liebe dieses Kleid, weil es, wie gesagt, einfach sehr, sehr leicht und weich ist. Wir sind auch hier wieder in einem Viskose-Mix unterwegs. Es ist ein Kleid, was hier oben, ihr kennt mich ja vielleicht von 1-2-Live-Shopings. Ich liebe es ja, wenn es so ein bisschen hier tailliert ist. Wenn es so ein bisschen am Körper ist. Das heißt, wir haben hier jetzt tatsächlich dieses eingestrickte Taillen-Bändchen, würde ich fast sagen. Das ist jetzt kein Bänd zum Ziehen oder irgendwas, sondern das ist hier angedeutet. Das ist, wenn wir nochmal so eine Trennung quasi von Oberteil und Unterteil haben und so eine angedeutete Taille haben. Also kann ich absolut... Da könnt ihr sie nochmal angucken. Und hier seht ihr auch wieder, das ist wieder dieser elastische Anteil. Also macht euch da wirklich keine Sorgen. Ihr werdet auf jeden Fall reinpassen. In Schwarz können sie die allerdings gewinnen, weil sie natürlich richtig schön zu meinem schwarzen Kleid passen. Wie gesagt, ich habe ein paar anderen angezogen, aber hier sieht man natürlich auch, wie schön diese Kombi zusammen aussieht. Auch hier wieder haben wir einen Echtlederstiefel, das heißt Ritzleder. Und wir haben wieder zwei verschiedene Schaftweiden zur Verfügung. Einmal XL und einmal XXL. Mest da am besten, wenn ihr auf dem vollen Fuß steht, das ist ganz wichtig, eure Wade an der dicksten Stelle. Und guckt im Shop tatsächlich, haben wir eine Maßtabelle. Die euch dann genau sagt, ob ihr XL oder XXL bestellen müsst. Das ist super praktisch mit den Maßtabellen. Ich trage eine XXL. Super. Ja. Und dazu gibt es mal wieder das Make-up-Set zu gewinnen. Ach Gott, gibt es noch was? Das gibt es auch noch oben drauf. Hat einen Gesamtwert, das ganze Paket von um die 220 Euro. Auch nicht schlecht. Ja, total. Also auch hier tatsächlich seht ihr, hättet ihr schon wieder ein komplettes Weihnachtsoutfit, wenn ihr noch was sucht, tatsächlich fürs Feiern unter dem Tannebaum, je nachdem, ob alleine oder zu zweit oder auch zu mehreren. Tatsächlich ist das auch was, ein, ja, was strepschiges Kleid, was auch das eine oder andere Plätzchen noch sich noch vertragen kann. Und wir sind schon ganz gespannt, wer dann von euch jetzt dieses Set gewinnt. Wir sagen wieder 2, 3, 1. Go. Schreibt uns, schreibt den Code in den Chat. Wir freuen uns auf, ja, ganz viele Meldungen. Wie gesagt, ich kann nochmal, ich mache nochmal ein bisschen Werbung hier für dieses Kleid. Und ich sage euch nochmal, was ihr tun könnt, falls ihr jetzt erst einschaltet. Und zwar wünschen wir uns im Chat von euch die ersten vier Ziffern eurer E-Mail-Adresse und die letzten vier Ziffern eurer Handynummer, damit wir euch auch verifizieren können. Und ja, schreibt es fleißig in den Chat und dann losen wir jetzt gleich die Gewinnerin oder den Gewinner aus. Dieser achtstellige Code verrät uns nachher, dass ihr auch die Richtigen seid, die denn auch dieses tolle Paket jetzt im Moment bestehend aus diesem Kleid, den Stiefel und das Make-up-Set nochmal. Oder auch das, was noch kommt. Wir haben noch ein bisschen was, was wir weiter verlosen wollen. Also ja, wenn ihr zwischendurch tatsächlich aber sagt, okay, gut, das sind alles tolle Sachen, aber ich habe noch Lust, ein bisschen was anderes zu shoppen. Wir haben auch wieder heute einen Rabattcode für euch. 0912, der neunte, zwölfte, wie wir ihn heute haben, ist der Rabattcode für 15 Prozent auf alles, was wir im Shop haben. Auch auf die reduzierten Sachen müssen nur sofort lieferbar sein. Das ist ganz wichtig. Und wir sagen jetzt, es wird schon gewunken. Stopp, stopp. Und warten ganz kurz, bis die Kollegen uns hier die glückliche Gewinnerin durchstellen. Es wird spannend. Und Fran. Wahrscheinlich Franziska, oder? Wahrscheinlich. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin ein großer Nanny-Fan. Fran 9812. Herzlichen Glückwunsch, liebe Franzi, Franziska. Wir gehen mal davon aus. Franka vielleicht auch. Kann auch sein. Frankfurt. Kann auch sein. Kann auch sein. Wir freuen uns, dir dieses tolle Set nach Hause zu schicken. Bitte schicke uns dazu auch, wie gesagt, eine E-Mail an event-at-chigo.de, damit wir dich verifizieren können. Yes. Ja, und wie gesagt, es geht Schlag auf Schlag. Total. Jetzt kommt es mal wieder bei einem etwas kuscheligeren Outfit. Ich muss mal hier gerade mit meinem Laser ein bisschen nach hinten rutschen, weil jetzt kommt nämlich die hintere Teil der Stange. Wir haben einen wunderschönen Rollkragenpullover für euch in diesem Color-Blocking-Optik. Also oben hell und unten dann wird es dunkel. Wir bleiben immer in dem gleichen Farbton. Das Ganze ist meliert, also dieses weiße, weiß-grüne, wie gesagt, nennt man meliert. Wir haben wieder eine Baumwollmischung hier, also wirklich ein tolles Teil, ob auf dem Sofa oder tatsächlich auch nur für den Winterspaziergang. Ja, auf jeden Fall. Oder für den Morgen, danach, nach dem Weihnachtsfest, natürlich, haben wir hier auf jeden Fall ein schönes Teilchen für euch mit einem Dreiviertel-Arm. Wir haben wieder einen kleinen Aufschlag hier tatsächlich. Wir haben eine 66er-Länge. 66 bezieht sich immer auf die erste Größe. Das ist bei uns die Doppelgröße 40-42. Das heißt also, das geht hoch bis zu 76 Zentimetern. Man ist immer so ein bisschen über Schrittlänge ungefähr mit diesem Teil. Genau. Aber das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Das ist wieder ein großes Set hier. Wir bei Shigo lieben ja Denim. Und verspielte Details. Und verspielte Details, genau. Dementsprechend haben wir eine Jeans dazu kombiniert, eine etwas hellere Waschung dieses Mal, die ihr hier seht. Und zwar ist das von unserer Kooperation mit Joe Browns. Auch das tatsächlich ist eine Marke, die bei uns sehr geliebt ist. Kennt ihr vielleicht auch schon, den kooperieren wir auch schon sehr, sehr lange. Natürlich tolle Chigo-Passformen, so wie ihr das gewohnt seid. Wir haben ein super schönes Material. Ich muss das einmal in die Kamera zeigen. Wir haben ein bisschen Jingle Bells. Ja, genau. Fassend zu Weihnachten das kleine Glöckchen. Wir haben eine richtig schöne, weiche Mischung aus Baumwolle, Polyester, Elastan in dieser Hose verarbeitet. Ist auch wunderbar stretchig und dehnbar. Wir haben leichte Used-Effekte tatsächlich hier. Und es ist, ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, hier unten eine leichte Bootcut. Ist also ein bisschen ausgestellt. Auch das tatsächlich. Bootcut ist immer so ein bisschen verschrien. Also ein bisschen klassisch und langweilig. Ich finde es mega schön, weil es ein tolles Bein macht. Ist auch tatsächlich gerade total im Trend wieder. Absolut. Weite Beinformen kommen zurück. Ja. Obwohl wir natürlich alle unsere Skinnies lieben. Aber hier wäre es vielleicht... Variation im Kleiderschrank ist immer gut. Kann man sich immer so kleiden, wie man gerade irgendwie sich fühlt und Lust hat. Und wenn man es jetzt gewinnen kann, kann man ja mal was ausprobieren. Ganz genau. Würde ich sagen. Wunderbar. Ich lebe dir das mal ab, Jules. Yes. Weil wir haben noch ein drittes Teil. Wir haben noch ein drittes Teil. Ich suche es mal. Ich glaube, du hast es an. Nein. Oder? Nee, ich habe es nicht. Nee, hast du es nicht. Aber ähnlich. Sehr ähnlich. Aber ähnlich. Ich komme nochmal vor. Und zwar sind das diese wunderschönen Boots. Guckt euch die an. So. Richtig schöne Details. Nichts. Ja. Biker-Boots sozusagen. Also auch das ja seit mehreren Wintern jetzt schon wirklich ein absolutes Must-Have in der Garderobe. Auch hier aus echtem Leder tatsächlich. Wir haben dieses kleine Nietenbank, was Jules euch gerade gezeigt hat, was das so ein bisschen rockig macht. Ansonsten haben wir bei Ihnen natürlich einen Reißverschluss, wo man ganz bequem reinschlüpfen kann. Wichtiges Thema. Und ja, wir haben für euch diese, ich muss gerade mal gucken, in 37 bis 42 in dem Fall. Super. In der Größe. Genau. Super schöne hochwertige Qualität. Also wenn man die schon in der Hand hat, einfach Wahnsinn. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir das Gewinnspiel. Go. Diese drei Teile, schreibt in den Chat eure ersten vier Buchstaben oder Zeichen der E-Mail-Adresse und die letzten vier eurer Handynummer und das ist euer Ticket zum Glück. Euer Los im Los-Topf, euer Wunschzettel im Strumpf und euer Glückszettel im Keks und wir sind eure Weihnachtsfeen. Knallbonbon, genau. Wir möchten euch gerne beschenken mit diesem tollen Set und sehen schon, dass die Kollegen hinter der Kamera ein bisschen Stress haben. Ja, wir kriegen auch schon, wir sagen Stopp tatsächlich. Wir warten ganz kurz. Jetzt muss ich gucken. Und ich kann ja nochmal kurz verraten, das Set hat ein Gesamtwert von um die 220 Euro. Schon wieder. Mein Gott. Ja, und wir haben auch, wir haben einen Gewinner, eine Gewinnerin. Und zwar, Jules, das musst du lesen, ich bin das ein bisschen blind gerade. Herzlichen Glückwunsch an SLWE 4601. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ho, ho, ho. Du bist ausgewählt. Und schreib uns auch gerne eine E-Mail-Adresse an event-at-chigo.de. Und dann freuen wir uns, wenn du dich freust. Und ja, jetzt gleich geht es schon wieder weiter. Genau. Es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Aber wieder ein sehr festliches Set. Sehr, sehr schön. Oh ja, genau. Wir haben auch gesagt, wir möchten nochmal etwas verlosen, was so ein bisschen mehr in die, ja, ich sag mal in die, also festliche Richtung, ja, aber auch tatsächlich in etwas, in eine Richtung geht, die, finde ich, für jede Frau eigentlich ein Must-Heft ist, nämlich das kleine Schwarze. Ihr seht das hier. Soll ich das mal abnehmen? Ja, pass mal auf, ich muss gerade den Bolero, genau. Ihr habt, wir haben hier ein wunderschönes Kleid mit so einem leicht glänzenden Jacquard-Muster. Ich komme auch mal hier ein bisschen nach vorne, damit ihr das schön seht. Also ein tierisches Muster. Tatsächlich ein ärmelloses Kleid aus einem Viskosestoff, auch 100% Viskose in dem Fall. Und das Ganze ist ein zweiteiliges Kleid. Wie gesagt, der Bolero gehört dazu. Der ist nicht extra, sondern das kommt quasi in einem. Wir haben hier eine kurze, also Bolero hat ja so ein bisschen so eine kürzere Länge, ein Bolero aus einem Viskosestrick tatsächlich dazu, vorne ganz simpel zu schließen, mit zwei Knöpfchen. Könnt ihr nicht nur was Kleid anziehen, passt auch gut über Bluse oder ein T-Shirt, nur mit einer Hose zusammen. Absolut, geht alles. Ist auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig. Das Kleid genauso. Kann man auch eine weiße Bluse noch drunter kombinieren. Kann man ganz viel mitmachen. Genau. Kann man im Sommer tragen. Richtig. Ganz variabel. Ich wollte sagen, das Kleid kennt kein Alter, das auch nicht. Das Kleid kennt keine Jahreszeit. Ja. Das war was ganz Neues. Genau, von der Länge her 126 Zentimeter ist auch tatsächlich so ungefähr in so einer, jetzt fehlt mir das Wort, mein Gott, Schienenbeinlänge, Entschuldigung, was tatsächlich genau so ein bisschen länger als das, was Jules noch anhat. Je nachdem, wie groß man ist. Genau, kommt so ein bisschen an, wie groß man ist, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Länge, die wirklich schön weit schwingt, auch mit diesem Rockteil. Weil wir haben hier auch so eine leicht angedeutet Talie. Und ich glaube, wir haben neben diesem zweiteiligen Kleid ja noch etwas, was dazukommt. Jetzt gucke ich gerade. Hast du die vielleicht an? Das sind meine, genau. Das sind deine. Ich habe mir gerade gedacht, irgendwann kommen meine und ich verpasse meinen Einsatz. Ich habe ihn verpasst, aber kein Problem. Deine Boots. Das sind meine Boots. So schön. Ich gehe mal hier ganz kurz, raffe mein Kleid ein bisschen, um euch diese tollen Boots zu zeigen. Eigentlich relativ simpel, muss man ganz ehrlich sagen. Es sind auch wieder schwarze Echtlederstiefel. Und das Schöne an diesen Echtlederstiefeln ist, dass sie hier nochmal diesen Elastikeinsatz haben. Man kann auch hier tatsächlich den Reißverschluss zumachen. Ich mache es nicht, weil XXL war da bei mir tatsächlich. Aber man hat hier die Möglichkeit tatsächlich nochmal ein bisschen zu variieren. Ich finde es auch offen tatsächlich ein bisschen schöner. Ansonsten haben wir auch hier den relativ bequemen Absatz. Wir haben hier eine Fußweite Haar. Wir haben bei Shigo ja tatsächlich Schuhe mit Fußweiten, mehr Weite im Fuß tatsächlich. Das heißt quasi um euren Ballen herum, vorne an den Zähnen gemessen, einfach ein bisschen mehr Raum für den Fuß, was ich immer sehr angenehm finde, muss ich sagen. Ja und dazu gibt es mal wieder das wunderschöne Make-up-Set. Also wirklich, das ist mal ein richtiges Hammerset, perfekt für die Festtage. Und ich sage es nochmal, in diesem Make-up-Set sind tatsächlich eine ganze Lidschattenpalette mit Spiegel, Pinsel, Mascara, Lippenstift, alles mit dabei. Alles, was man braucht. Alles, was man braucht. Dann würde ich sagen, go. Jetzt geht es wieder los. Schreibt uns bitte wieder, wenn ihr dieses tolle Set, bestehend aus diesem zweiteiligen Kleid, den Stiefeln und dem Make-up-Set gewinnen wollt. Ja, wie gesagt, wirklich ein tolles Teil jetzt auch wieder für Weihnachten. Vielleicht ein kleines Kettchen dazu. Wir haben vorhin ja von diesen Kreolen gesprochen, würde hier auch wieder super gut drauf passen. Und wie gesagt, so ein schwarzes Kleid braucht man immer mit einem Kleiderschrank. Das geht immer mit. Definitiv. Voll. Weil der sagt, schwarz, ja schön, aber ich hätte gerne nochmal was anderes, ein bisschen Farbe. Unser Code 0912 natürlich für alle anderen Artikel im Online-Shop, verfügbaren Artikel im Online-Shop, auch schon die reduzierten. 15% gibt es da und top. Wenn ihr von mir abschließt oder von mir Kunde seid vielleicht schon, gibt es 5% extra und Versandkosten frei oben drauf. Dann würde ich sagen, stopp. Und wir haben, oh, dieses Mal haben wir etwas mit Punkt. Ich blinzle ein bisschen. Du musst mich korrigieren, falls es falsch ist. C.ma 9100. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Hohoho. Dieses tolle Set geht demnächst an dich. Schreib uns einfach eine E-Mail-Adresse event at shigo.de und dann freuen wir uns über deine E-Mail. Und dann, ja, hast du es schon gewonnen. Geht das Paket deines Weges. Geht schon raus. Genau. So. Ja, aber wir sind immer noch nicht fertig. Es geht hier Schlag auf Schlag. Wir hauen hier die Sachen raus. Aber wirklich. Weihnachten ist die schönste Jahreszeit. Oh ja. Oder schönste Zeit des Jahres tatsächlich. Total. Finde ich nach wie vor. Ich liebe das, wenn diese Lichter draußen kürzern und sowas. Also bei dem Dunkeln. Und wir so Deko tragen können, wie wir heute. Wir sind heute kleine Elchis. Genau. Wenn man Deko tragen kann, das ist ganz unironisch. Ja. Das ist ein großes. Ich glaube, das ist das Größte heute. Genau. Jetzt müssen wir mal ein bisschen umbauen hier. Ich darf dir mal ganz kurz meine Karten geben. Und ich kann euch nur sagen, speichert euch jetzt schon mal euren achtstelligen Code. Und damit ihr gleich, wenn es losgeht, richtig den Chat zuspappen könnt mit euren ganzen Ziffern. Oh, jetzt bleibe ich an meinen Ohren hängen. Oh, schön. Der sieht auch toll aus. Klasse. Geht das? So, das Mikro alles noch offen? Ja, alles super. Ohren noch gerade. Gerade noch gerade. Alles dann. Ohren richten und weiter. Karten nehme ich wieder. Genau. Ich wollte mir jetzt nicht nehmen lassen, dieses tolle Stück, was wir jetzt nämlich haben. Wir haben ja vorhin gesagt, eine Jacke kommt auch noch. Und hier ist sie tatsächlich, einen richtig tollen Mantel, tatsächlich Kurzmantel, so bis Knie ungefähr, in einer Two-in-One-Optik. Und da komme ich jetzt auch noch mal ein bisschen näher an die Kamera, damit ihr seht, was ich meine. Wir haben hier diese Kombination aus dem Oberstoff und dem Stepp. Und das ist jetzt nicht offen oder sowas, sondern das ist im Endeffekt, sieht so aus, als hätte ihr quasi einen Dreiviertelarm an und würdet unten drunter noch ein kleines, süßes, feines Steppbäschen. Also ich muss sagen, ich finde diesen Mantel richtig, richtig toll, weil vor allen Dingen, jetzt muss ich schon wieder die Karten geben. Kein Problem. Und ich muss die Ohren absetzen, weil das wäre jetzt auch peinlich geworden. Ich will euch einmal diese tolle Kapuze zeigen, die hier diese Jacke wunderschön einrahmt. Also auch das Schneefall haben wir überall in Deutschland gehabt, bis auf hier in Frankfurt haben wir uns vorher gerade unterhalten. Aber es regnet und ich dachte auch gerade heute auf dem Weg hierher, ja, toll, ne? Jetzt sind wir eine Kapuze, ne? Genau. Haare schön geföhnt, schön eingedreht, zwei Minuten durch den Regen gelaufen, alles wieder für die Katz. Für die Katz. Und ja, und deswegen kann ich euch nur empfehlen, kauft auf jeden Fall was mit Kapuze hin. Ich liebe diese Kapuze auch, weil die rutscht nicht bis hier hin und man sieht nichts, sondern es ist, wie gesagt, so richtig schöne Rotkäppchen-Geschichte. Und wie du schon sagst, es umramt einfach so schön das Gesicht. Finde ich auch. Richtig toll. Ich liebe es. Das ist so eine Noppenoptik. Wir kriegen gerade die Frage im Chat, ob der Mantel pillt. Tatsächlich, es ist so eine leicht wollige Optik, aber dadurch, dass quasi der Stoff schon, ich komme es trotzdem noch ein bisschen näher dran, tatsächlich so eine Schlingenoptik hat, wenn ihr das seht, ist es quasi, ich will nicht sagen vorgepillt, aber tatsächlich ist es im Endeffekt, hat es schon so ein bisschen den Touch an sich. Das heißt, es werden sich ein, zwei Knötchen bilden. Das ist so, wenn man sich bewegt natürlich, wenn man hier reibt, aber es wird jetzt nicht auffallen und nicht schäbig aussehen. Und das ist ja meistens das, ich muss die Grafuzzo wieder absetzen, das ist das, was nachher dann einfach das Kleidungsstück nicht mehr schöner aussehen lässt. Und dieses Thema werdet ihr hier definitiv nicht haben. So, du darfst mir meine Ohren wiedergeben, genau. Einmal, genau. Meine Karten nehme ich auch wieder. Denn neben diesem wunderschönen Mantel, den wir ja nun wirklich ausführlichst besprochen haben, auch innen tatsächlich nochmal toll hier mit dem Steppfutter gefüttert, kommen Fragen zu Mantel, das ist eine Art Fleece. Ja, also Fleece an sich ist ja wirklich eine Gewebeart, das heißt, man hat diese kleinen Schlingen, es ist ein bisschen weicher und es ist auch feiner. Das ist wirklich so eine richtige Noppenoptik. Es ist mehr, ich würde sagen, es sieht fast mehr aus wie ein Frottee-Handtuch, ohne dass es natürlich diese Baumwollgeschichte hat. Aber es hat, wie gesagt, wirklich... Geh doch sonst nochmal ganz nah ran. Ich komme nochmal, ihr wollt mich unbedingt sehen. Hier diese Noppenoptik tatsächlich. Also, ja, deswegen... Also es ist wirklich schön weich, es ist mehr so eine Filzart als eine Fleeceart. Ja, dazu... Wir werden ja nicht schieben, wenn wir nur eine Sache verlosen würden, ne? Sehr langweilig. Und außerdem ist es jetzt unser großes Finale hier. Jules, was gibt es dazu noch? Tatsächlich ganze fünf Teile und zwar unter anderem auch diese wunderschönen Boots. Die sind so bequem und sehen so, so schick aus. Ich hoffe, ihr könnt die richtig gut sehen mit dieser schönen Schnalle mit einem kleinen Absatz, auf dem man richtig gut stehen kann. Und ja, in Schwarz passt wieder überall zu und einfach richtig schick. Du hast bestimmt noch was inhaltlich. Ich gucke schon gerade hier auf meine Karte, was ich ergänzen kann tatsächlich. Ja, wir haben wieder eine Lederstiefelette mit einem 6,5 Zentimeter Absatz, also auch, wie gesagt, ein bisschen höher. Ja. Aber wie gesagt, hebt einfach alles ein bisschen und macht ein schönes Bein. Aber wir haben eine Profilsohle, also ihr müsst euch jetzt nicht Angst haben, dass ihr irgendwie draußen ausrutscht. Das ist keine Ledersohle, sondern das ist auch was mit Grip. Das heißt also, man kann wirklich super gut drin laufen. Wir haben den seitlichen Reißverschluss, dass ihr wirklich auch leicht und bequem ein- und aussteigen könnt. Und ja, eine Schafthöhe bei Stifeletten, kann man ja sagen, ungefähr so ein bisschen über Knöchelhöhe. Und das Schöne auch, das sieht man vielleicht hier bei Jules auch, die ist nicht total eng am Knöchel angesaugt, sondern hat so ein bisschen Spiel. Das heißt also, auch hier ist das nicht so, ich sage nochmal, Schuh frisst Bein. Und das sieht einfach im Endeffekt schön aus. Ja, das haben wir hier gar nicht. Das ist sehr angenehm. Genau. Den Schuh gibt es wieder in Größe 37 bis 44 tatsächlich, also könnt ihr aus dem Vollen schöpfen. Wir haben den Mantel, wir haben die Schuhe, Jules, was haben wir noch? Wir haben natürlich, das darf in der letzten Runde absolut nicht fehlen, unser wunderschönes Make-up-Set besteht aus ganz vielen Teilen. Und dann haben wir noch zwei kleine Überraschungen, die wir jetzt nicht zeigen, aber über die ihr euch sehr freuen könnt. Und zwar haben wir so einen Schlauchschal, den man perfekt, so einen Loop, genannt in schwarz, der schön wollig, also so schön warm auf jeden Fall aussieht jetzt für die kalte Jahreszeit. Und ein Gürtel auch in schwarz. Ja, ein Ledergürtel tatsächlich in schwarz. Wir haben bei Chivo ja auch ganz viele tolle Accessoires, vor allen Dingen Gürtel, finde ich tatsächlich gerade Platzheiz immer super schwierig zu kriegen. Richtig schöne schwarze oder auch braune Gürtel für Jeans oder auch für normale Hosen. Wenn ich nochmal ganz kurz auf deiner Karte spicken darf, muss ich tatsächlich, wir haben die Länge 95 bis 145. Und also da könnt ihr definitiv auch wieder aussuchen, was dann wirklich eure perfekte Gürtelgröße ist. Ja. Also ich habe davon mehrere im Schrank zu Hause und ich bin tatsächlich sehr, sehr happy. Sehr schön. Ja, wir kriegen gerade ein Smiley über den Chat geschickt, dass die liebe Aileen, wir haben sie letztes Jahr letztes Mal tatsächlich gegrüßt. Aileen hatte uns so schöne Fragen gestellt. Ich hoffe, wir haben sie zu deiner Zufriedenheit letztes Mal beantworten können. Wir freuen uns aber, dass du wieder dabei bist. Hallo. Und ich hoffe, du machst ganz eif beim Gewinnspiel mit, weil diese fünf Teile, die wir gerade jetzt hier runter gucken, hier hoch gucken, davor gucken und die beiden extra Gewinnteile, die wir noch mit reinpacken, sind jetzt dran. Und dann hat ein Gesamtwert von Jules 300, also knapp 350 Euro. Ja. Also das ist wirklich unser größter Gewinn heute Abend. Deswegen geben wir jetzt ein. Go. Schreibt fleißig in den Chat die ersten vier Zeichen eurer E-Mail-Adresse und die letzten vier Ziffern eurer Handynummer. Macht euren achtstelligen Code, hüpft in den Lostopf. Nutzt die Chance nochmal. Aber wirklich. Im großen Sack dabei zu sein für quasi die Jahresentziehung. Da haben wir nochmal einen raus. Wir haben nochmal einen raus, genau. Aber es macht so Spaß. Jetzt könnten wir jetzt so die ganze Nacht noch weitermachen, oder? Ich stelle nicht schon die ganze Zeit, ob man hier die Deko vielleicht verlosen könnte. Also ich glaube, wir haben uns jetzt gerade gut eingestimmt. Aber ja, wie gesagt, Weihnachten ist ja leider nur einmal im Jahr. Aber wie gesagt, wenn wir sehen, dass es euch gefällt, ist das vielleicht auch was, was wir zu anderen Gelegenheiten vielleicht wiederholen könnten. Schreibt da gerne mal bei Instagram auf dem Skibio-Kanal. Unbedingt folgen, wenn ihr da seid. Und auf jeden Fall mal ein Like dalassen und auch mal Feedback geben, wie es euch heute gefallen hat. Unbedingt. Wir freuen uns sowieso immer über Post. Ihr könnt auch gerne unseren Newsletter abonnieren. Das ist tatsächlich auch ein guter Kanal, um über alle Trends, Aktionen und auch hier über unsere Live-Shoppings auf dem Laufenden zu bleiben. Und jetzt kriege ich ein Zeichen. Wir sollen Stopp sagen. Stopp. Stopp. Die letzte Gewinnerin für heute. Genau. Warten wir noch ganz kurz, bis die Kollegen was gefunden haben. Die sind heute Abend auch wahrscheinlich fällig. Aber super, ein großes Lob auch hinter die Kollegen an der Kamera. Für die Kollegen hinter der Kamera tatsächlich, die hier wirklich die Hauptarbeit leisten. Total. Und ja, wir kriegen unsere Hauptgewinnerin. Und ich glaube, das darfst du sagen. Das darf ich sagen. Und zwar herzlichen Glückwunsch an die liebe Juli. Also würde ich mal sagen, 5331. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und bitte auch du, schick uns eine E-Mail an event-at-schigo.de. Dann finden wir raus, ob du es wirklich bist. Und dann kannst du dich auf diesen riesigen Gewinn freuen. Genau. Der geht dann tatsächlich direkt zu deinen Händen. Ja. Hammer. Ich würde tatsächlich noch sagen, wir haben ja den Code noch 0912. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie untergegangen. Shoppt gerne auch noch bis Sonntag tatsächlich mit diesem Code im Online-Shop. Auf alle sofort lieferbaren Artikel. Und auch die reduzierten gibt es diese 15%. Abonniert unsere Newsletter, haben wir gerade schon gesagt. Wir kriegen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder tolle neue Aktionen mit dem Live-Shopping. Wir freuen uns und würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder kommt, wenn ihr wieder einschaltet. Jules, vielen lieben Dank. Ich danke dir. An dich. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wir haben dich sehr, sehr gerne zu Gast. Danke. Folgt Jules, wenn ihr es noch nicht tut. Jules ist definitiv bekannter als wir. Aber vielleicht, schön wild, einmal auf Instagram folgen. Wenn ihr gerade da seid, lasst ein Like oder ein Follow bei uns da. Ja, Schigo Fashion auf Instagram und auf Facebook. Was gibt es noch dazu zu fügen? Auf jeden Fall nochmal an die Formik-Kundinnen. 5% auch für sie und versandkostenfreie Bestellung. Also 20% spart ihr heute. Schaut auf jeden Fall nochmal im Shop vorbei. Genießt den Abend. Genau. Und dann würde ich sagen, nächstes Jahr geht es auf jeden Fall wieder weiter mit den Live-Shoppings. Nächstes Jahr geht es so. Wir wünschen euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Ein ganz tolles Weihnachtsfest. Bitte, bitte bleibt gesund. Meldet euch zwischen den Jahren mal. Wir würden uns freuen. Wir sind da. Wir arbeiten.